Lina, erzählst du mal irgendwas? Lino. Hi. Ja, was erzählen, damit es nicht langweilig wird. Ich bin hier Moderatorin. Hi. Eine Begrüßung ist immer gut. Hi. Und anfangen. Geht's weiter? Ich heiße Lina. Okay, gut. Hallo Lina. Willkommen bei den anonymen Alkoholikern. Nein, bei den anonymen Spasten. Nein, Alkoholikern. Die alle Alkoholikern. Hatten wir neulich schonmal. Doch, das hatten wir neulich. Aber bei mir nicht. Haha, juckt mich nicht höchst. Fress. Nein, das Schwein ist weg. Hey, ich bin doch noch da. Hey, ich meine das Schaf, nicht das Schwein. Hey, Juli, ich auch noch da? Du liest die Kartoffel. Und du die Pisskuh. Nein. Die Snalke. Nein, die bin ich auch nicht. Ach, du bist die Karotte. Ja, genau. Und Jonas, also The Playing Viking, ist entweder, ähm, ist entweder der Rage Curves oder Rage Apple. Warum? Was ich denn so genannt hab? Und Danny spielt CSGO. Und Danny ist der, der CSGO spielt. Und Danny ist der Vollspass, der nie was versteht. Ja. Und ne Grammatik hat wie sonst was. Ja. Hast du dir noch nie schreiben sehen? Ja, gesehen bestimmt noch nicht. Oder gelesen, was der schreibt. Ja, gut, das ist der da, ja. Das ist halt froh, da kriegst du Augenkrebs. Oh ja. Zumindest, aber gut kommt es klar. Augenkrebs höchsten Gratis. Damit kommst du klar. Das ist der letzte Bullshit, was der da schreibt. Da versteht man nicht. Und das Schlimme ist, ich hab ihm mal vorgeschlagen, ja, mach doch eine Sprachnachricht. Aber das ist genauso schlimm. Neue Idee. Bei mir in dem Tech-Taback schauen die Spinnen aus wie Ninjas. Das macht mir irgendwie Angst. Lava! Nein, das sind sie nicht. Lava! Das ist genau ein Creeper, genau in der Eingangshalle. Warum? Weil er dich lieb hat. Fick nicht. Er will nur kuscheln. Dann mich bestimmt beißen. So wie ich? Nein. Gar nicht. Schlimm. Du, einfach nie jups. Ich muss nur so ein bisschen. Nein. Nein, da kommt es Klass. Ich hasse Klass. Wie ich hier nichts finde. Ich habe dir. Ich habe dir. Ich habe selber. Ich habe selber. Glas. Oh Mann. Ich finde hier kein dir. Haus. Scharf. Oh, Haus scharf. Elfchen, komm jetzt rein hier. Ich fände keinen dir. Das ist nicht mein Problem. Aber es wird es mein Problem. Ich weiß. Was für Kohle bräuchten hier unten nicht ganz viel. Oh, Kohle kann man nie genug brauchen. Zumindest für die Engines. Es gibt irgendeine Engine, die auch mit Lava betrieben wird. Ich weiß, ich habe mich hiermit gerufen. Ja. Erzähl uns mal irgendwelche Witze. Oha. Was hat zwei Beine im Blute? Höh, eine halbe Katze. Was? What the fuck? Blutet ganz stark, muss ich sagen. Scheiße. Oh, Gott. Was hat denn den hier? Oder was heißt Onion Rings übersetzt? Zwiebelringe. Nee. Zwiebel ruft an. Oh, Gott. Das war schlecht, gell? Oh, Gott. Das war gut. Hahaha. Du weißt nicht, dieses Lachen. Das barmherzige Lachen. So, wie bringt man eine Plandine Montagmorgens zum Lachen? Ah, warte, den habe ich schon mal gehört. Scheiße. Ja, den habe ich dir schon mal erzählt. Letztes Video. Fuck, wie war der? Wenn wir das Haus scharf. Freitagabend einen Witz erzählen. Ach ja, genau. Ähm, okay. Aber warum haben so viele Memo-Beine? Was ist? Äh, weil man Unwichtiges in Klammern setzt. Äh, haha. Oh, mein Gott. Äh. Mann! Hallo. Danke. Okay, Lina, erzähl mir ein paar Flachwitz. Ich habe eine App, ich kann mir hier erzählen. Ich habe keine App und kann trotzdem welche erzählen. Warte, ist mir egal, ich hole trotzdem mein Handy. Dann läd sich welche vor. Oh Gott, ich höre eine Spinne. Und ich bin in der Nähe gut. Man, das ist ja auch kein Dier hier. Ach, leck mich doch. Oh Gott, das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie, das ist ein Zombie. Freu dich. Na, jetzt ist es sterbig. Okay, dann heul. Dann sterb ich erst recht. So, Handy ist da. Dillim, dillim, dillim. Wenn es aber stört, schmeißt es sofort weg. Äh, bei dem Headset stört es nicht. Okay, Gott. Und das hörst du das nicht. Es hört nur euch wie scheiße. Haha. Und dieses Geräusch sackt des Todes. Mhm. Den hast du ja immer, wenn Danny mit dabei ist, man hat immer sein Handy in der Hand. Echt? Das fast immer, ja. Also bei mir hat das, glaube ich, noch nicht gehört. Ich will kein Clash of Clans downloaden, bis jetzt damit. Machst du das etwa? Nein. Das kam gerade Werbung davon. Wenn ich das gerne habe, dann erschieß ich mich vorher. Oh ja. Absolutes... Nein, warte, dann erschieß ich dich. Ey. Was denn? Bin ich nicht fair. Dann ist es aber gerecht. So. Warum was denn? F, F, F wie Flachwitze. F, F... Da sind so viele Witze drauf, das ist der Hammer. Flachwitze. Haha. Der Schlechte ist ja zuerst. Du kannst nur mit einem Tampon schreiben. In der Regel schon. Ja. Hä? Kann man mit einem Tampon schreiben. In der Regel schon. In der Regel schon. Ja. Aha. Bitte sag, du verstehst den Juli. Ich verstehe den. Verstehst du ihn wirklich? Nö. Oh Mann. Junge. Das verhältst du alles ein und du verstehst den. Wie nennt man das, wenn eine Frau ihre Tage hat? Achst. Wie nennt man das noch? Achst. Oh Mann, du bist so scheiße. Was ist niedlich? Hüpft über eine Wiese und qualmt. Ich. Nein. Ein Kaminchen. Haha. Ein Kaminchen. Ähm. Da muss ich hin. Steht ein Pilz im Wald. Kommt ein Hase und trinkt es aus. Aus. Habe. Habe. Oh Gott. Treffen sich zwei. Der erste kommt nicht. Hahaha. Hahaha. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Hallo Gen. Oh Gott. Dina? Ja? Ich glaube, du hast ein bisschen sich für deine Wife geschaut, oder? Ja, warum? Weil 50% der Witze von ihm stammeln. Äh, ich kenne die einfach nur, weil ich mal mit meinem Bruder und derzeit Flachwitze vorgesen habe. Oh Gott. Ähm, was? Warte, warte, warte. Was liegt am Strand und kann man schlecht verstehen? Eine Nuschel. Ja. Ja, der geht sogar, der geht sogar, Juli. Oh shit. Hahaha. Hahaha. Hörst du denn nicht? Nein. Was? Hahaha. Das ist das eine mit den bekanntesten. Ja. 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 Das ist das eine mit den Lutschen. Was hängt im Urwald an den Bäumen? Oh. Urlaub. Oh Gott. Oh Gott, Lina. Oh Gott, ist das schlecht. Warte, welchen hat Janis nochmal erzählt? Äh, Janis hat welchen erzählt. Warte, was ist, was ist ne Beule im, im Rohr? Äh, ein Jude, der, irgendwie ein Jude, der flüchtet. Ja, genau. Was ist, was ist das zweite Loch im Rohr? Irgendwie die Verfolgung von Hitler oder so. Ja, haha, was ist das Loch im Rohr? Irgendwie, na warte, warte, warte. Äh, das war's jetzt grad nicht mehr. Der Jude ist entkommen? Ja. Äh, Janis war so dicht, aber erzählt uns dann erstmal 30 Minuten lang, nachdem er sagt, ich will schlafen, äh, Witzel. Ja, das hat mir schon Lina erzählt.